Ja und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Unterhaltung mit Herrn Prof. Dr. Maximilian Fichtner und Daniel Messling. Normalerweise moderieren wir hier den Geladen-Podcast. Eben gerade haben wir über Kobalt und über Lithium als Batteriematerialien gesprochen. Jetzt sprechen wir über Natrium-Ionen-Batterien. Falls Sie den ersten Teil noch mal sehen wollen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier oben ist ein Link dazu zum Kanal vom Helmholtz-Institut Ulm. Jetzt befinden Sie sich auf dem Polis-YouTube-Kanal und wir sprechen über Natrium-Ionen-Batterien. Herr Prof. Fichtner, was macht denn eigentlich Natrium-Ionen-Batterien so attraktiv aus Nachhaltigkeitsgründen? Das sind die Materialien. Also zum einen ist Natrium ein Element, was einwertig ist, wie wir Chemiker sagen. Das heißt, es trägt eine einfache positive Ladung und kann damit im Prinzip die gleiche Aufgabe übernehmen wie Lithium. Das heißt, es kann in der Batterie hin und her wandern und kann die Ladung von einem Pluspol zum Minuspol verschieben. Damit ersetzen wir schon mal das Lithium. Und dann ist es eben auch so, dass die Materialien, die mit dem Natrium in Wechselwirkung stehen, andere sind. Die können aus deutlich häufiger Vorkommenden, also keine sogenannten kritischen Rohstoffen bestehen. Während wir im Augenblick in der Lithium-Ionen-Batterie auch noch Nickel drin haben und auch Kobalt teilweise noch, brauchen wir es in der Natrium-Ionen-Batterie nicht mehr. Das sind dann Materialien, die bestehen dann entweder aus so einem eisenhaltigen Netzwerk oder sie bestehen aus Magnesium-Mangan-Verbindungen. Das sind also wirklich häufig vorkommende, ungiftige Elemente. Und was zusätzlich noch dazu kommt, diese ganzen Batteriematerialien, die werden ja als Paste auf so eine Metallfolie gestrichen, einen sogenannten Kollektor. Der ist bei der Lithium-Ionen-Batterie Minuspol ist der aus Kupfer. Und auch das brauchen wir nicht mehr. Wir können es in der Natrium-Ionen-Batterie, können wir das durch Aluminium ersetzen. Aluminium ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde. Jetzt gibt es ja auch teilweise sehr kuriose Batteriematerialien für die Natrium-Ionen-Batterien, also organische Elemente. Können Sie dazu was sagen? Naja, es gibt im Augenblick ein Material, was von der Firma CATL verwendet wird oder entwickelt wird. Das ist preußisch-blau bzw. preußisch-weiß, wie man auch sagt. Das ist tatsächlich der erste industriell hergestellte Farbstoff-Pigment. Das war im 19. Jahrhundert, hat man das schon gemacht. Und das ist eine Verbindung, die praktisch nur aus Eisen, aus Kohlenstoff und aus Stickstoff besteht. Und das kann man leicht herstellen, es ist sehr billig, es ist offen für Natrium-Einlagerungen und von daher sehr geeignet und auch sehr stabil. Ich wollte jetzt auch so ein bisschen darauf hinaus, wir hatten hier tatsächlich vor ein paar Jahren mal sehr, sehr viele Pressemeldungen zu der sogenannten Apfel-Batterie. Da ging es um Apfelabfälle, aber zum Beispiel auch Erdnussschalen eignen sich ja ganz gut als negative Elektrode. Können Sie da kurz noch was dazu sagen? Das ist auch so ein Unterschied zur Lithium-Ionen-Batterie. Bei der Lithium-Ionen-Batterie verwenden wir im Minuspol Grafit. Das ist also auch ein kritischer Rohstoff tatsächlich, weil das meiste Grafit kommt aus China. Es ist nicht so, dass es jetzt wirklich knapp werden würde, aber man bezeichnet als kritischen Rohstoff auch einen Rohstoff, der aus einem politisch unklaren Land kommt. In dem Fall wäre das dann China und das macht man bei der Natrium-Ionen-Batterie deshalb nicht, weil das Natrium sich da nicht so gut einlagern lässt. Und zwar mag es einfach nicht in diese Schichtstrukturen da reinkrabbeln, das macht es nicht so gut. Das ist also, man muss sich vorstellen, dass da wieder so eine Blätterteigstruktur ist, wo das Natrium einfach da nicht rein möchte. Was aber geht, ist, wenn man diese Blätterteigstruktur so ein bisschen zerkrümelt und dann hat das Natrium ganz viele Plätze, wo sich es anlagern kann. Und wenn man das mit Kohlenstoff macht, dann nennt man das ganze Hartkohlenstoff. Das ist also nicht mehr dieser weiche Grafit, den wir vom Bleistift her kennen, sondern der sogenannte Hartkohlenstoff. Und den kann man aus ganz vielen Materialien herstellen. Typischerweise aus Abfallstoffen aus der Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel. Apfeltrester ist eine Möglichkeit, Erdnussschalen, Haselnussschalen, können Sie ganz viele Sachen machen. Wenn man jetzt die Lithium-Ionen-Batterie vergleicht mit der Natrium-Ionen-Batterie, was sind denn da so die größten Unterschiede? Also zunächst mal ist es so, dass Natrium deutlich größer als das Lithium. Das nimmt ein bisschen mehr Platz weg, das ist schwerer. Und die Packungsdichte in dem Speichermaterial ist deshalb nicht so hoch. Im Klartext, die Natrium-Ionen-Batterie hat eine geringere Speicherdichte. Das heißt, um die gleiche Aufgabe zu erfüllen, muss die Batterie größer und schwerer sein. Ist ja schon erstmal komisch, weil CATL jetzt angekündigt hat, Natrium-Ionen-Batterien zu produzieren. Das ist ja schon mal ein großer Nachteil, oder? Kommt drauf an, für was. Kommen wir gleich dazu. Der Punkt ist aber, man muss schauen, welche Vorteile das auch bietet. Und vor allem ist der Preis ein wichtiger Faktor und die Frage, wo man das einsetzt. Ob man diese ultrahohen Speicherdichten überhaupt braucht. CATL hat jetzt tatsächlich, das war ein riesen Paukenschlag im Juni, glaube ich, des Jahres, haben die angekündigt, in die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien einzusteigen. Und wenn das der weltgrößte Batteriehersteller so sagt, dann muss man das auch ernst nehmen. Was die vorhaben ist, als allererstes mal die Bleibatterie zu ersetzen im Auto. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen nicht besonders ambitioniert an oder sowas. Aber tatsächlich ist es so, dass die Bleibatterie immer noch ein größerer Markt ist als die gesamte Lithium-Ionen-Technik. Das ist ein Umstand, der oft nicht bekannt ist. Das heißt, derjenige, die die Bleibatterie durch eine neue Technologie ersetzt, der hat ein riesiges Feld. Bisher hat man das auch mit Lithium-Ionen angedacht, aber die waren dann preislich nicht konkurrenzfähig. Das Blei profitiert davon, dass es halt recycelt wird. Durch das Recyceln ist der Preis des Bleis vergleichsweise gering. Und da muss man dann schon dicke Bretter bohren, um da preislich drunter zu kommen. CATL ist ganz offensichtlich der Meinung, dass man es mit der Natrium-Ionen-Batterie schaffen kann. Und da spielen noch zwei andere Faktoren eine Rolle. Das eine ist, die Natrium-Ionen-Batterie ist recht schnell. Das Natrium, obwohl es größer ist, ist es auch weicher. Das ist wie so ein halb aufgeblasener Luftballon, der da irgendwie rein und raus geht in das Material. Da kann sich das schnell so rein und wieder raus quetschen. Das heißt, die Beladungsgeschwindigkeit ist hoch. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem ist die Kaltstartfähigkeit deutlich besser als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Bei der Lithium-Ionen-Batterie haben Sie mit dem gegenwärtigen Kathodenmaterial etwa bei minus 20 Grad noch 70 Prozent Restkapazität. Bei der Natrium-Ionen-Batterie sind es 90 Prozent. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist eine Sache. Dann wollen Sie alle zwei und drei Räder damit ausstatten. Und dann wollen Sie in den Stationärbereich gehen und in den Fahrzeugbereich. Und im Fahrzeugbereich, da haben wir auch wieder diese Situation, wo wir beengte Platzverhältnisse haben. Und da können uns zwei Dinge weiterhelfen. Oder könnten der Natrium-Ionen-Batterie zwei Dinge weiterhelfen. Das eine ist, dass sie zwar von der sogenannten gravimetrischen Speicherkapazität deutlich geringer ist als die Lithium-Ionen-Batterie. Die ist leichter. Da ist also mehr Energie pro Masse. Aber die volumetrische Energiedichte, also wie viel Energie in einem Volumen gepackt werden kann, die ist gar nicht mal so verschieden im Vergleich zu ihrem nächsten Counterpart auf der Lithium-Ionen-Seite mit dem Eisenphosphat. Und dadurch, dass bei diesem Ein- und Auslagern von dem Natrium in den Materialien auch weniger Wärme im Spiel ist, braucht die Batterie eine geringere Kühlung. Das heißt, ich kann die in einem Batterie-Pack, kann ich die Zellen dichter packen. Und das heißt, wir haben auf Systemebene womöglich vielleicht gar keinen Nachteil. Im Vergleich zu einer Lithium-Ionen-Fosphat-Batterie. Und dann wird es richtig spannend, weil die Rohstoffe für die Natrium-Ionen-Batterie sind halt deutlich billiger. Da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. In der Vergangenheit ist man davon ausgegangen, dass eine Natrium-Ionen-Batterie sich vom Preis her nicht viel unterscheiden wird. Und CATL sagt jetzt, die Natrium-Ionen-Batterie kostet vielleicht nur die Hälfte von der Lithium-Ionen-Batterie. Und das ist natürlich ein gewichtiges Wort auch. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, wäre das ein Game-Changer. Und es würde auch, und das ist der nächste positive Effekt, die Situation auf der Rohstoffseite bei der Lithium-Ionen-Batterie entlasten. Das heißt, die Batteriepreise bei der Lithium-Ionen-Batterie könnten dann auch wieder fallen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein kleines Zitat einspielen, und zwar von Ihrem Vorgänger, der ehemalige Direktor des Helmholtz-Instituts, Stefano Passarini. Der sagt, dass die Markteinführung der Natrium-Ionen-Batterie durchaus am Preis des Lithiums abhängt. Es wird der Preis, aber nicht der Preis des Sodium-Ionen-Batteries, sondern der Preis des Lithium-Ionen-Batteries. Wenn Lithium-Ionen-Batteries wieder erhöhen in Kosten, dann werden die Sonium-Ionen-Batteries kompetitiviert, von dem Kosten des Lieds-Ionen-Batteries. Das ist nicht wahr, gerade jetzt. In generell, die Sonium-Ionen-Batteries sind als cheaper und mehr environmentally friendly, als Lithium-Ionen-Batteries. Für die mehr environmentally friendly, ich glaube, dass ich alle, weil es nicht braucht, weil es nicht braucht, um Copper zu benutzen, als negative Elektrode. Für die negative Elektrode, wir können bio-Waste benutzen, eher als Graphite, die entzündetisch sind, oder von Synthetik-Ionen-Batteries produziert werden. bei den Ölprodukten, aber bei der Kosten sind die Sodium-Ion-Materialien weniger als die Lidium-Ion-Materialien, wir brauchen mehr Materialien in generell, und das ist eigentlich die Kosten der Sodium-Ion-Badriff über die Lidium-Ion-Badriff. Wenn die Lidium-Ion-Badriff erhöht, dann wird der Sodium-Ion-Badriff in der Markt finden. Also die Natrium-Ion-Batterie wird ihre Position im Markt finden. Gehen Sie, anders als jetzt vielleicht Herr Passarini, davon aus, dass diese Natrium-Ion-Batterien preislich deutlich unter der Lithium-Ion-Batterie liegen werden? Das kann ich selber nicht beurteilen, weil wir haben noch keine massenproduzierte Natrium-Ion-Batterie auf dem Markt. Also das ist was, das würde ich auf alle Fälle mal abwarten. Von den verwendeten Rohstoffen, den Elementen, haben wir durchaus ein Einsparungspotenzial. Allein das Kupfer, was als Kollektor in der Anode drin ist, ist ein gewichtiger Preisanteil bei der Lithium-Ion-Batterie. Das würde man durch eine Haushaltsfolie aus Aluminium ersetzen. Das würde also deutlich runtergehen. Und auch die verwendeten Rohstoffe, wie das Preußisch-Blau oder Preußisch-Weiß, das ist ja nur Eisen mit ein bisschen Organik drin. Da kann man schon erwarten, dass es runtergeht. Also insofern, ich verstehe die Skepsis, dass man da sagt, das ist möglicherweise gar nicht genau, oder es ist vielleicht eher vergleichbar vom Preis her und gar nicht so viel besser, das Natrium-Ionen-Konzept. Aber das sind auch Untersuchungen, die vor ein paar Jahren gemacht wurden. Und wir haben ja erlebt, wie schnell sich das alles ändert. Ihm gerade haben Sie noch gesagt, der Preis von der Lithium-Ionen-Batterie hängt gar nicht so sehr vom Lithium fest, an dem Rohstoff. Wie ist das bei der Natrium-Ionen-Batterie? Naja, bei der Natrium-Ionen-Batterie ist es natürlich so, dass der Counterpart des Lithiums, das Natrium, von vornherein schon mal deutlich billiger ist. Ich glaube, das sind eher andere Faktoren, die halt in der Batterie noch eine Rolle spielen. Das ist halt das Kathodenmaterial, ist ein gewichtiger Preisfaktor, der Elektrolyt, irgendwelche Zusatzstoffe und so weiter. Und da würde ich einfach sagen, da tut man sicher gut dran, wenn man da alle ein bis zwei Jahre mal die aktuelle Datenlage überprüft. Aus meiner Sicht wird es noch deutlich günstiger. Erwarten Sie, dass da andere Produzenten jetzt auch nachziehen? Dass es jetzt so einen richtigen Wettlauf noch gibt? Auf jeden Fall. Also Tatsache ist ja, dass die Natrium-Ionen-Batterie, die gab es ja vor CATL schon auf dem Markt. Die Firma Ferradian in Großbritannien hat die ja letztes Jahr schon auf den Markt gebracht. Es gibt tatsächlich in China auch eine Firma, China, also Hai, N-A, die auch schon für kleine Autos Natrium-Ionen-Batterie produziert. Das kennt man hier halt nicht, weil die hier nicht angeboten waren. Aber jetzt ist natürlich klar, da gibt es ein riesiges Interesse auf einmal, weil man halt auch sieht, dass auf Systemebene die Natrium-Ionen-Batterie möglicherweise gar nicht so viel schlechter ist. Also man muss sich das so vorstellen. Wir wollen ja letzten Endes, wollen wir ein Fahrzeug haben, mit dem wir eine bestimmte Reichweite haben, sagen wir mal vier oder 500 Kilometer. Und es soll schnell beladbar sein, es soll bei tiefen Temperaturen gut funktionieren, es soll nicht teuer sein. Von all diesen Punkten ist eigentlich nur der erste Punkt kritisch zu sehen bei der Natrium-Ionen-Batterie, weil eben die Speicherdichte geringer ist. Wenn wir es aber schaffen, durch die sogenannte Cell-to-Pack-Technologie, mehr Speichermaterial in die Zelle zu bekommen, wenn wir es schaffen, diese Zellen dann auch als integralen Bestandteil im Chassis des Fahrzeugs zu integrieren, wenn wir es schaffen, die Zellen konstruktionsmäßig vom Design her dichter zu packen, in der eigentlichen Wanne, in der dieses Batterie-Pack aufgebaut wird, dann ist auf einmal die Natrium-Ionen-Batterie in der Gegend von der Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Batterie und könnte konkurrenzfähig sein. Ich halte das für nicht ausgeschlossen. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren ganz anders über die Sachen diskutieren als heute. Spannend. Ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist die Sicherheit von Natrium-Ionen-Batterien. Wie verhält sich das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu dem E-Auto-Akku von unserem Institut beispielsweise? Ist das sicherer? Also es wird immer gesagt, die sei sicherer als die Lithium-Ionen-Batterie. Aber ich habe noch keine Tests gesehen, wo man sowas wirklich mal in einem großen Maßstab verglichen hätte. Auch da gilt Experiment vor Vermutung. Es gibt Gründe, weshalb man annehmen kann, dass die Natrium-Ionen-Batterie sicherer ist. Jetzt würde ich Sie nochmal gerne bitten, einen kleinen Ausblick zu wagen. Also die Batterien sind noch nicht wirklich auf dem Markt, zumindest noch nicht breit. Aber wie sehen Sie das vielleicht in zehn Jahren oder sowas, wenn sie dann schon mehr in Verwendung sind? Werden die auch recycelt werden oder gibt es im Prinzip dadurch, dass sie halt günstiger sind, die Materialien grundsätzlich auch deutlich mehr vorhanden, da jetzt gar nicht diesen Anreiz? Naja, der Anreiz wird von regulatorischer Seite geschaffen. Die EU wird es nicht erlauben, dass man große Fahrzeugbatterien in Masse herstellt und die dann einfach auf eine Halde gibt. Das wird nicht passieren, sondern da wird, wie bei der Lithium-Ionen-Batterie, wo ja jetzt auch die ganzen kritischen Rohstoffe so langsam aus der Batterie verschwinden, die teuren Metalle, wird man hergehen und sagen, okay, es gibt jetzt keinen Business Case mehr für den Recycler, dass er die gewonnenen Metalle teuer wiederverkauft, sondern man muss den Aufwand für das Recycling praktisch von vornherein im Preis berücksichtigen und der Recycler muss da seinen Anteil bekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das wird an anderer Stelle auch gemacht. Man muss es jetzt halt mal beschließen, das ist eine Vorbereitung und dann halt auch EU-weit umsetzen. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Wir haben das eben gerade im vorherigen Clip schon gemacht. Überlegen Sie sich mal, welche Anwendungen bieten sich denn eigentlich für Natrium-Ionen-Batterien an? Also es bietet sich generell nicht an dort, wo eine sehr hohe Speicherdichte verlangt wird. Also Smartphone, Notebook sehe ich eher im Augenblick nicht nach dem Stand der Technik. Im Auto schon eher, aber auch da muss es sich erstmal beweisen. Also typischerweise wären es tatsächlich diese, was auch CATL anstrebt, diese Two- und Three-Wheelers, also diese Zweiräder und Dreiräder, damit sind die ganzen Tuk-Tuks in Asien auch gemeint. Da ist auch genügend Platz für so eine Batterie und da kommt es vor allem auf den Preis an. Und dass das Ding halt sicher ist und hält. Und wenn sie das schaffen, die Zweiräder und Dreiräder, tatsächlich hat sich bei uns mal eine Firma gemeldet. Die haben sich als sehr großer Hersteller von Elektrorädern geoutet und haben gesagt, sie würden gerne eine Natrium-Ionen-Batterie einbauen und würden das ihren Kunden gerne als grünen Elektroantrieb verkaufen. Das war noch vor dieser ganzen Welle. Also da sieht man schon, dass genau in der Richtung auch gedacht wird bei den Anwendern. Und wenn wir es schaffen, die Bleibatterie zu ersetzen, die ja, ich sag mal, nicht hier, aber in Afrika mit furchtbaren Nebenwirkungen beim Recycling, wo das dann offen irgendwie von Kindern auch gekocht wird, auch da ist Kinderarbeit im Spiel, da muss man schon sagen, da hätte man was Gutes getan. Das nächste sind dann stationäre Systeme, aber dafür muss aus meiner Sicht die Lebensdauer der Natrium-Ionen-Batterie noch gesteigert werden. Die ist im Augenblick für Fahrzeuganwendungen ausreichend, aber noch nicht für stationäre Anwendungen. Ja, ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Herr Professor Dr. Fichtner. Das war unsere Reihe zu dem großen Schlag von Batterien über Lithium-Kobalt, jetzt Natrium-Ionen-Batterien. Wie gesagt, wenn Sie den ersten Teil nicht gehört haben, dann hier oben rechts draufklicken, dann kommen Sie zum Helmholtz-Institut Ulm. Dort haben wir über Lithium und Kobalt gesprochen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Fichtner. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann wenden Sie sich wie immer an patrick.rosen.ket.edu oder an daniel.messling.ket.edu oder wenden Sie sich an unsere Twitter-Kanäle at helmholtz-ulm oder at clusterpolis. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.